Musik Captain, soeben ist ein neuer Befehl eingegangen. Code 666 Delta. Ich wiederhole, Code 666 Delta. Er betrifft die Trägerraketen November Kino und Romeo Charlie. Verstanden. Number 1, überprüfen Sie, ob der Code bei uns eingegangen ist. Und, können Sie den Eingang bestätigen? Achtung, hier spricht der Captain. Wir haben soeben einen wichtigen Befehl vom Präsidenten erhalten. November Kino und Romeo Charlie werden abgefeuert. Der Befehl ist sofort auszuführen. Wer ist im Moment unser Präsident? Die meisten unserer Politiker sind inzwischen zu Monster mutiert. Hat der Innenminister das Amt übernommen? Vor zwei Tagen war es der Umweltminister, so viel ich weiß. Obwohl er bereits gebissen worden war. Ach, scheiße. Vater unser, im Himmel geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Ich bitte dich, vergib uns unsere Schuld. Erlöse uns von dem Bösen, das uns heimsucht. Feuer 1! Feuer 1! Believing with balance And together Schon wieder. Nicht nur Amerika. Jetzt feuert auch Russland Trägerraketen ab. Russland? Haben die denn noch Zeit für sowas? Oh je. Nukleare Mehrfachsprengköpfe. Da reichen schon ein paar aus, um riesige Hauptstädte oder Militärbasen dem Erdboden gleich zu machen. Das ist ja... Die Situation auf der Erde. Zuerst die Zombies, dann der atomare Erstschlag. Hollywood hätte dieses Szenario ganz sicher abgelehnt. Das ist kein Film. Das ist Realität. Oh mein Gott! Das ist Armageddon. Das ist ernein. Das ist ein Film. Das ist ein Film. Das ist ein Film. Wir sehen uns fully. Vielen Dank.